So, jetzt wollte ich schon fliegen, ohne zu filmen. Eine Brise! Schnell! Flieg, kleiner Nurfaldi, flieg! So könnte das gehen. Drüben ist der große Onkel. Mit dem richtigen Hang, mit dem richtigen Hang, macht der bestimmt richtig Spaß. Hier oben geht's. Ich habe auch ein Bauvideo, zwei, eigentlich sind es drei Bauvideos von dem Ding. Und den gibt's ja fast überall. Selbst der Lidl hat im Frühjahr so einen gehabt. Der ist jetzt ja vom Aldi. Das dämliche Bettenlacher, oh sorry, das dänische Bettenlacher hat sie schon gehabt. Und ja, auf allen möglichen Ebay-Chinesen gibt's das Ding auch. In verschiedensten Farben, sogar mit LED-Beleuchtung. Er faltert hin und her. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder in der Walze drin. Da komm ich nicht hoch. Jetzt wollen wir mal drüber schmeißen, dann geht es hier. Ja, noch nicht ausreichend. Ja. 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 Es fliegt. Der Kleine hat bloß Angst vor Bayern. Und der Pilot auch.